Jo, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Porsche und ähm, ja, nö, äh, ich war nur gerade irritiert. Ich mag den Werksfahrer erstmal ein bisschen weitermachen. Die Industrie ist so, das hat man ja schon gelesen, ähm, ja, beziehungsweise konnte man lesen. Geben wir mal wieder ein bisschen Stoff hier. Drei, zwei, eins, los! Industrielle Zone, okay. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh shit Das kann ich vergessen Na, das kann auch mal schief gehen 3, 2, 1, los So was Man, man, man Man, 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 man Man, 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 man und auch hier musste ich nämlich so rechts lang jetzt muss ich nämlich zurückfahren ich erinnere mich ganz locker hier kein Problem stell dich für ich bin ich bin ich bin ich bin das ist eigentlich gleich geschafft ja souverän durchgefahren, ja gute arbeit, jo, läuft jao jao, gucken wie das weitergeht, was als nächstes kommt testgelände zeigen, machen wir doch glatt 3, 2, 1, los 2, 1, los 2, 1, los 3, 2, 1, los ja doch, schaffen wir aber ganz locker her alles noch angenehm von der Macher her jo jo, schauen was als nächstes kommt ja, der will ein Rennen fahren, ja ok ja und dann werden wir ihn mal ordentlich einheizen mal zeigen wie das so geht 3, 2, 1, los immer so dämlich am Arsch kicken, ja ja, jetzt hast du verloren mal gut zu wissen, dass hier mit Verkehr angesagt ist das müssen wir im Hinterkopf behalten wenn wir durchpreschen ja, da geht es mir schon los Polizei haben wir sogar auf nicht, dass uns hier ganz dumme Sachen passieren gut da Alles noch recht easy hier im Moment, mal schauen, ob sich das vielleicht noch ändert. Oh, 50 pro Person oder pro Rad? Dann habe ich ja noch Luft nach oben, ne? Ja, was, dann lässt du mich vorbei, oder was? Willst du rumspielen hier? Oh nein! Aber noch ist nichts verloren. Ich muss ihn ja nur besiegen, was ich ja bislang tue. Boah, gleich noch einer hier. Das gibt's doch gar nicht. Was macht denn der da? Den schönen Porsche zerstören hier. Was könnt ihr da nicht tun? Den haben wir platt gefahren. Astreien hier. Na ja, einen schlechten Tag, aber ich glaubte doch selber nicht. Ein wenig dirty das Ganze hier. Aber okay. So, ein paar Fernsehungen und Boxster-Protoklipen. So, mal schauen, was wir da machen müssen. Das ziehen wir halt auch nochmal eben durch. Machen wir aber eine komplette nur Werksfahrer-Edition hier. Drei, zwei, eins, los! So, ein bisschen doof gemacht hier. So, wenn man rechts ziehen. Das sieht man gar nicht. Ja, von der Zeit her schon Schrott. Das mag ich gar nicht so was hier. Drei, zwei, eins, los! Müsst ja wahrscheinlich mehr mit Handranse spielen. Aber irgendwie hab ich mal ne Steuerung wieder mal teilweise verloren. So, das war zu nix. Ei, 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 ei. Da muss ich nochmal ran. Hm. So wird das nämlich nichts. Nein, 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 illness. So etwas, was ich gargerme frage présent. Das macht, was ich gar nicht. So etwas, was ich warum,我想cap initial ihr? Wir sind ges strands, bis darüber zu fliehen. Okay, rausmurez zwei, wir messern uns! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020